einen wunderschönen guten morgen meine freunde geht's wieder los gestern war ja in bayern feiertag deswegen haben wir ja auch feiertag gemacht so heute er rollt aber hier muss noch ein bisserl jetzt jetzt ist es noch frisch ja meine freunde da ja in bayern feiertag war haben wir gestern auch feiertag gemacht das heißt wir waren schön zu hause und es war gut so aufs wochenende ist nämlich im furchtlandkreis unwetter angesagt und da habe ich noch schnell gestern alle abflüsse sauber gemacht eigentlich war ja mein tag anders verplant aber naja ist halt so haben wir gestern noch die abflüsse sauber gemacht die lili und ich und dann haben wir noch sandsäcke vollgemacht und die türen die ein bisschen tiefer liegen noch mit sandsäcken gesichert falls es losgeht mit unwetter dass nichts voll läuft so sieht es aus meine freunde und jetzt fahren wir nach regensburg abladen dann fahren wir nach rosenhof laden und dann fahren wir nach leipzig abladen und nochmal laden da weiß ich aber noch nicht wo wo wir abladen das erfahre ich in rosenhof das steht dann auf mein abladen abladen auf mein lieferbeleg die abladestelle und wo ich dann lade das erfahre ich dann auch noch das sagt mir dann mein disponent dann auch noch so jetzt fahren wir erstmal nach regensburg laden ab und dann nach rosenhof und laden rosenhof war da ja auch schon mit mir das ist hier synchron hier hinten die wo der große parkplatz dran ist nicht das in neutraubling hinterm werk sondern das trüben wo man dann mit rachen runterfahren müssen von der autobahn ja und dann können wir uns ja überlegen ob man hoch zu noch einmal Kermsdorf rumfahren noch mal tanken oder ob man letztlich noch meinen tank voll machen im moment haben wir noch über halb voll also ist alles noch ausreichend das ist aber ganz schön neblig streckenweise ja wahrscheinlich die luft war ja noch relativ vorn und der regen dazu und dann bildet sich natürlich hier überall der nebel das ist ja klar aber noch geht es die sichtweite ist noch ausreichend also es ist noch nicht sind noch mindestens 200 meter vorhin war mal kurz eine nebelbank da hatte ich so um die 100 meter aber hier geht es jetzt noch hier geht es jetzt noch ja freunde so sieht es aus mal gucken was uns am wochenende erwartet ein regen zwischen 100 und 150 liter f und quadratmeter haben sie vorausgesagt jetzt fängt es an zu regnen naja wir fahren aber heute hoch auf der autobahn weil jetzt hier kurz nach sechse da denke ich mal ist in der stadt noch getümmel da fahren wir über der a3 das dauert auch nicht länger das dauert auch nicht länger der angedrohte regen beginnt der angedrohte regen beginnt ich bin ja gespannt ob das heute wieder so schön klappt mit dem Tor 5 die letzten paar Male hat es ja gut geklappt da ging es ja von alleine auf ohne dass ich mich an der klingel melden musste oder sonst irgendwelche kopfstürze machen musste schön im winkel rein fahren und schön langsam habe ich festgestellt aber deswegen trotzdem habe ich trotzdem ja immer gemacht und deswegen hat es ja trotzdem nicht immer geklappt aber die letzten paar Male ging es gut und vielleicht klappt es ja heute auch vielleicht haben sie ja was gemacht an ihrer Software man weiß es ja nicht wäre ja schön wenn es funktioniert würde mich freuen warum fährst du bloß 75 würde mich mal interessieren könnt ihr bitte mal bei dir schon mal Rettungswagen, lassen wir auch direkt mal rein. Die werden doch überall dringend gebraucht. Die werden doch überall dringend gebraucht. So Freunde, was machst du da vorne mit deinem LKW vorgedöhnt? Weißt du nicht wo du hin willst oder was? Der will garantiert auf die 3 Richtung Passau. Es passiert aber vielen, dass die dann hier schon abbiegen wollten. Ist mir am Anfang auch schon ein paar mal passiert, wo ich hier die Strecke öfter gefahren bin. Sonst habe ich es nicht gesagt, der will Richtung Passau auf die 3. Der hat mich doch vorhin hast du geholt. Was ist denn da, der jetzt erst hier hat rumgetrödelt? So Freunde. Und... ... ... ... ... ... ... gleich mal links einopnen ja, das haben wir ja heute noch so abgepasst so, dann lassen wir uns mal überraschen da steht ein Elflein und will rein da bleiben wir mal ein bisschen hier im Abstand da bin ich ja gespannt, ob wir reinkommen wie lange willst du noch warten? ach, jetzt geht's auf, schau rein da hat er geklingelt da müssen wir wahrscheinlich dann auch klingeln naja, machen wir jetzt warten wir erstmal bis er durch ist da muss der wahrscheinlich klingeln, der Kollege so, und wenn drüben die Schranke zu ist, fahren wir los jetzt bin ich ja gespannt schön langsam ran fahren na seht, das funktioniert doch also Freunde, bis später wir haben den Bogen jetzt raus so, Freunde das ging ja rucki zucki halbe Stunde habe ich gewartet weil gerade einer drinnen war beziehungsweise der ist gerade reingefahren wo ich kam und dann konnte ich gleich rein standen zwar noch zwei andere draußen aber der hat mich ja dann erst reingeholt weil ich ja bloß Lehrgut angeliefert habe und die anderen die müssen ja Ware laden Lehrgut abladen Ware laden und das dauert halt alles ein bisschen länger und da hat er mich gleich rein geholt zum abladen das hat gerade mal eine Viertelstunde gedauert das abladen ja und jetzt fahren wir rüber nach Rosenhof und dann schauen wir mal wie lange es dort dauert aber ich denke mal dort wird es auch nicht ewig dauern da ging es eigentlich auch immer relativ schnell also reinfahren konnte man immer relativ schnell und dann musste man halt noch ein bisschen warten bis der Staplerfahrer die anderen alle gemacht hat ich gehe mal davon aus dass wir Lehrgut laden und da geht es eigentlich auch immer zügig auf dem Lehrgutplatz da kann eben auch nur ein Auto nach dem anderen dann halt abfertigen das ist halt so da kann eben nicht zwei Autos gleichzeitig machen normalerweise haben die immer nur einen Staplerfahrer beim Lehrgut die holen nur immer einen ausgleichsweise dazu wenn sehr viel Betrieb ist aber normalerweise ist das immer bei einem und dann ist das immer bei einem Dörfern ist es. Davon ist es doch schön. Wir dürfen nicht rein, wir müssen da rein. Es ist wohl gar nicht los. Es ist gar nicht los. Es ist gar nicht los. Es ist gar nicht los. So rum schickt sie mich. Dann fahren wir so rum, wie sie mich schickt. Dann machen wir das, wenn sie das so will. Hier haben sie einen Fahnenmast schief gemacht. Naja, gut, passiert. So Freunde, wir haben geladen für einen Handelsring. Nicht ganz drei Tonnen, 2900 und ein paar zerquetschte Kilo. Naja, ist doch wieder mein Kampfgewicht, sag ich euch. 13, 25, 13, 30, 14, 14, 15, 14, 30, so in der Drehraum sind wir da. So, wie schickt sie mich denn hier? Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Hier schickt sie mich rum. Hier schickt sie mich rum. Schauen wir mal, wo sie mich langschickt. Da bin ich jetzt mal neugierig. Hier hat sie mich noch nie lang geschickt. Hier gerade drüber. Richtung Barbing. Na, dann fahren wir Richtung Barbing. Wenn eine Madame das so will. Wenn ihr da noch ist, dann fahren wir nach Barbing. Ach, hier vorne schickt sie mich auf der Autobahn. Ach so. Na gut. Passt. Da hat sie uns, glaube ich, auch schon mal runtergeschickt, ne? Da hat sie uns, glaube ich, auch schon mal runtergeschickt. So, wir fahren aber gleich wieder Mitte runter. So, wie immer. Hier wird es nämlich jetzt ganz schön dick, ne? Mein Lieber Mann. Also, wenn sie um die Sendung in den Nachrichten, dann kämpft sie auf deinem Auto. Und dann kam das hier durch mich. Alle Autos voll. oder viele, die fahren ja meistens mit einem Auto, die treffen sich irgendwo und dann fahren die immer mit einem Auto irgendwo hin, zu dritt, zu viert, zu fünft und dann wechseln die immer mal, also die meisten zumindest ist da, da fährt dann jeder mal und da kommt dann keiner zu kurz. So, noch acht Minuten, dann sind wir da, dann sind wir an Ort und Stelle, schnelle, schnelle, an Ort und Stelle. Die Paktische Zemm hier, habt ihr es gesehen? Für die ist schon Feierabend, Freitag, 14 Uhr. Wie heißt es so schön, Freitag ab 1 macht jeder seins. Naja, macht nix. Weltklima, Irrbis. Weltklima, Irrbis. Mal ein bisschen Luft reinlassen. Mal ein bisschen Luft reinlassen. Nach dem Niesen habe ich immer so eine komische Stimme, habt ihr das gemerkt? Weltklima, Irrbis. Weltklima, Irrbis. Weltklima, Irrbis. Weltklima, Irrbis. So, dann fahren wir jetzt erst zum Handelsring, dann fahren wir laden und dann gucken wir, wie es aussieht. Dann entscheiden wir, wie wir weiter machen. Laden müssen wir dann in der BMW Allee 24 bei Rehnüsse. Da sind ja zwei Rehnüsse, ich weiß ja gar nicht welche Rehnüsse das ist. Das werde ich aber sehen. Da sind zwei Rehnüsse in der BMW Allee. Auf der links der Begerspur bei Rot überholen. Das machst du richtig. Ich denke mal da ist gar nicht viel los heute. Dann werden sie mir die Paletten gucki zucki runter haben. Bei Fahrer am Rot. Bei Fahrer am Rot. bei Fahrer am Rot. Bei. Bei Fahrer am Rot. Bei Fahrer am Rot. Der ist ja auch da oder wie? Oder wie? Oder wie? oder was? kann man es ja quer stellen. 1, 2, der steht andersrum, der will weg. 1, 2, 3, 4, 5 Autos vor mir. So, Freunde, jetzt ist natürlich genau der Fall eingetreten, den ich befürchtet habe. Wir kommen heute nicht mehr nach Hause. Ich habe jetzt noch eine Stunde Schichtzeit. Und zweieinhalb Stunden brauche ich. Also wird noch mal Pause gemacht. Bis morgen früh um 3 Uhr. 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Bis morgen früh um 3 Uhr wird Pause gemacht. Wir haben jetzt hier am 2.6. ist der BMW Grobfamilientag. Wir haben jetzt hier 99 Euro Paletten drauf. 11,9er Stapel. Knapp 7 Tonnen. So, jetzt fahren wir in den Handelsring. Quatsch, in den Handelsring, in den alten Fluchhofen. Machen wir Feierabend. Ja gut, das war mit der Feiertag zu Hause wert. Ich hätte auch gestern noch, ich hätte auch Mittwoch noch bis Regensburg fahren können. Dann ist die Frage, ob das heute trotzdem geklappt hätte. Das weiß auch keiner. Also machen wir jetzt Feierabend. Fahren morgen früh um 3 Uhr los. Wir brauchen bloß eine 9 Uhr Pause machen. Wir brauchen ja keine 11 Uhr Pause machen. So, meine Guten. Jetzt ist Feierabend. Wir stehen jetzt hier am alten Fluchhafen. Wir genießen noch ein bisschen den Abend. Vielleicht laufe ich ja nochmal um den Messer. Ich weiß es noch nicht mal schauen. Erst mal gucken. Erst mal Abendbrot essen und dann gucken, wie ich noch Lust habe. Das entscheide ich dann spontan. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. So, was läuft noch jetzt? Nichts mehr. Noch ein bisschen eure Kommentare gucken, beantworten. Und dann, wie gesagt, vielleicht noch mal eine kleine Runde um die Messe, so halbe Stunde. Aber es ist schon 6 Uhr durch. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich das mache. Schauen wir mal. Also morgen früh um 3 Uhr geht's los, ne? Dann sind wir so 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, halb, 6 Uhr, zwischen halb und um 6 Uhr in Oelsnitz. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stuhlstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen früh um 3 Uhr. Pünktlich hier. Wer nicht pünktlich da ist, bleibt stehen. Wisst ihr Bescheid, ne? Tschüss, bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.